Liebe Freunde, hier spricht Maxim Mankiewicz. Es heißt, es gibt unterschiedliche Gründe, warum Menschen unglücklich sind. Der eine hat vielleicht zu wenig Geld, ist nicht besonders attraktiv oder schön. Aber es gibt nur einen einzigen Grund, warum Menschen dauerhaft wirklich glücklich sind. Sie sind dankbar für das, was sie haben. Und wenn du praktische Erfolgstools der Allergrößten lernen möchtest, dann lade ich dich herzlich zum Glückskongress von Pierre Frank ein. Denn das, was der Mann dort auf die Beine gestellt hat, ist außergewöhnlich. Großartige Kollegen, sehr viel Erfolgswissen und vor allem Herz von einem Menschen, der wirklich weiß, wie Herz funktioniert. Danke, dass ich hier dabei sein darf bei diesem Kongress. Liebe Grüße, dein Maxim Mankiewicz.